Hi, hier ist wieder Dunja am Freitag. Immer noch mit dem Thema Freunde, Interviewen und ihre Reaktionen auf das Outing. Bevor ich mit dem Hauptthema anfange, möchte ich nochmal auf eine Band hinweisen, die ich am Dienstag kennengelernt habe. Eine lesbische, mexikanisch-argentinische Trupunk-Band, irgendwie so nennen die sich und ich finde, die machen ganz, ganz tolle Musik. Und wie kam ich auf die, also mein Homie Patricia hat mir von denen erzählt und meinte, ja, heute ist ein Konzert und so, warum nicht spontan hingehen? Da habe ich gesagt, ja, habe ich mir erstmal was angehört von denen und ich war sehr begeistert, weil das mal was anderes ist und ich verlinke euch hier unten Videos und ein bisschen Infos über denen und ja, kann ich nur weiterempfehlen, sind alles lesbische Frauen und das Konzert war echt mega cool. Auf jeden Fall, leider verstehe ich kein Spanisch, aber hey, der Miet war geil, was ist los? Thema der Woche? Freunde interviewen mit deren Reaktionen auf das Outing. So, ich muss ehrlich sagen, die meisten Leute, denen ich das damals erzählt habe, mit denen habe ich aus, ja, verschiedenen Umständen im Grunde nichts mehr zu tun, außer oberflächlich in gewissen sozialen Netzwerken, oder die ich gefragt habe, die wollten nicht wirklich irgendwie ein Video machen, sagen so nie, kein Bock hier, Internet, YouTube und so, nee, nicht so, Ding. Ich wollte auch nicht mit mir selber reden, ich finde, das sieht irgendwie doch ein bisschen gescheuert aus, deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt diese Mausehandpuppe. Diese Mausehandpuppe hier steht stellvertretend für all meine Leute und deren Reaktion auch, nicht? Ja. Ja. Und, ähm, ja, ich finde sie sehr süß und ich nenne sie jetzt einfach mal Schnuffi, ne? Ach du Scheiße. Schnuffi. Ja? Ich muss dir was sagen. Was denn? Ich bin lesbisch. Was? Du? Mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott ... Hey! Okay! Okay! Ja gut, zu übertrieben haben die jetzt nicht. Also ich muss sagen, die Reaktionen waren im Grunde unterschiedlich gewesen. Und keine von denen haben mir jetzt direkt so die Freundschaft gekündigt oder gesagt, nee, Dunja, ich will jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben und so. Also ich finde, da gibt es für mich auch so gar nichts großartig zu interviewen. Das mit der Maus war jetzt ein Gag, fand ich eigentlich sehr süß. So süß, man muss mich einfach lieb haben. Ja, sehr süß. Ja, da gab es... Im Grunde wusste ich schon vorher, welchen Leuten ich das sagen konnte und welchen auch nicht und den Leuten, denen ich das nicht sagen konnte und aus dem Freundeskreis, das waren jetzt sowieso nicht so dick meine Homies so. Und die Lieblingsreaktion der Herren war eigentlich... Du. Eww. Ja, so männlich auch nicht. Also, du, ich nenn ihn jetzt mal Horst. Ich bin lesbisch. Was? Du? Ähm, kann ich da nix mal zugucken? So, mit dir? Nee, darfst du nicht. Ach, komm schon. Ja, und zu gucken. Oh, bitte. Oh, bitte. Oh, bitte. Oh, bitte. Oh, bitte. Oh, bitte. Nein, nein. Geh da mal zu gucken. Ja. Die Herren, egal was man tut, sie haben immer ihr eigenen Vorteil herauszuschlagen wollen. Jo, das war's schon wieder von mir. Ihr merkt, es tut mir echt leid, aber diese Woche, ich... Ähm... Es ist schade, dass ich keiner zu finden konnte und so, aber... Ich finde auch, das Thema Outing und so hatten wir eigentlich auch schon sehr oft... Du bist jetzt nicht böse gemeint, das Thema hatten wir aber schon auch sehr oft durchgekaut und... Ähm... Deswegen, ich glaube, das meiste habe ich im Allgemeinen schon gesagt, dass die Reaktion war zum größten Teil positiv gewesen. Also, bei den Leuten, denen ich das gesagt habe, dass es mit denen zum Teil auseinandergegangen ist, hatte also überhaupt nichts irgendwie damit zu tun gehabt oder so, ne? Also, das war's dann von mir und von... Schnuffi! Genau. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis da, macht's gut und dann bis nächste Woche und mit mehr Inhalt. Macht's gut. Ciao. Tschüss! Tschüss! Warte mal, ich habe volle Idee. Wir machen ein Ratespiel mit den Zuschauern. Ein Ratespiel. Okay. Und... Und... Oder was würdest du jetzt machen? Ja! Warte! So Pant und Liebe! Pass auf! Pass auf! Rapante, rapante, lass deine Haagel gargeln. Oh, ihn kennt doch jeder. Outing! Fröschen! Hagel!